Der Club auf Radio Top 40 Und diese Veranstaltung kann ich euch wirklich empfehlen Denn wir hatten das Glück dort auch schon spielen zu dürfen Und ich kann sozusagen aus eigener Erfahrung bestätigen Dass sich dort wirklich Mühe gegeben wird Das ist eine tolle Location, schöner Sound, kalte Getränke Wirklich angenehmes Team, was dort arbeitet Und ein sehr angenehmer Veranstalter Also in diesem Sinne kann ich euch wirklich nur sagen Wenn ihr noch unentschlossen seid, ihr werdet es nicht bereuen Wenn ihr dort aufschlagt Nicht zuletzt auch wegen dem Line-Up Karotte ist dort, Justin Kauli ist da Wie gesagt, Vornix und Klaus Haus Matti, du hörst mir zu Erklär mir, wie kommt man auf den Namen Klaus Haus Also, findet's raus Freitag, 22.7. Kölle da Circo della Musica Und wir sind einen Tag später wieder für euch da Hier auf Radio Top 40 im Club Ich zieh meinen Hut und verneige mich Und bin raus Ciao